Mein Traum vom eigenen Fitnessstudio ist endlich wahr geworden. Sag mal, schreibt man Fitness nicht mit F? Das V steht für Vegeta. Links, rechts, links, rechts. Boom. Deine scheiß Uno-Karten kannst du gleich draußen lassen. Och, Menno. Und weh, ich erwische hier jemanden, der Beine trainiert. Das ist hier verboten. Power-Ups und Verwandlungen sind übrigens auch verboten. Immerhin ist hier alles frisch renoviert. Falls ihr weitere Fragen habt, dann wendet euch an meine Assistenten. Der Ruide. Ich muss stärker werden. Ich trainiere und werde der Allerstärkste. Ich auch. Ich auch. Die Maske finde ich echt cool. Ich mag deine Augenbinde. Aber wieso trägst du die? Weil meine Augen zu sexy sind. Jungs, kann ich anders botten? Vielleicht brauche ich bei dem Gewicht Hilfe. Oh ja, ich kann das ja nicht aus. Hm. Der Laden ist komplett neu. Das zahlst du. Alles okay. Mach ruhig weiter, Sachen kaputt. Willst du vielleicht einen kostenlosen Protein-Shake? Äh, was machst du noch mit dem Podio? Die sollte mal wieder gewischt werden. Ach, die trainiert Beine. Halt deine Schnauze! Oh, was riecht hier so gut? Oh, Frauenschweiß. Ich mag deine Frisur. Du hast einen blauen Pfeil auf der Stirn. Cool. Ich schaff das. Ich glaub an mich, so wie All Might an mich glaubt. Früher war ich schwach. Aber durch die Kraft der Freundschaft... Hey, keine Anime-Flashbacks hier drin. Du belegst das Gerät viel zu lange. Ich hab gehört, die Ernährung soll auch wichtig sein, wenn man Muskeln aufbauen will. Alles totaler Quatsch. Alles, was du brauchst, sind Protein-Shakes und... Steroide! Trainierst du da etwa gerade Beine? Hier werden keine Beine trainiert. Aber warum steht dann das Gerät hier? Wenn du auch nur ein Wort sagst, dann beiß ich dir den Kopf ab! Aber es ist Zeit für ein D-D-D-Duell! Es ist Zeit für ein D-D-D-D-Duell! Alter, der Zug ist abgefahren. Steig auf Pokémon-Karten um. Hast du mal einen Euro? Ups, mir ist die Seife runtergefallen. Wer will sie aufheben? Na, wer traut sich? Erren willst du? Neeein! Hier. Ähm, danke. Sehr hilfsbereit. Teilt, liked und reactet auf das Video. Wie viele Charaktere habt ihr gesehen? Wen hättet ihr noch gerne gesehen? Danke an meine Boys, Freakso und Reiji fürs Dubben. Und natürlich auch danke an meine Patreons, die mich immer unterstützen. Bis zum nächsten Mal.